Da sind wir wieder mit It Takes Two und wir klatschen ein paar Westen, die kann eh keiner liken. Aber echt ey, wofür sind die überhaupt da? Um uns auf den Sack zu gehen. Ist echt so. Was kommt denn jetzt? Das sind Wespenlarven. Und die kommen aus den Nestern. Wo ist denn der Mist? Da hinten überall, links, rechts. Hier hinten ist noch eins. Komm jetzt aber von oben. Ist da oben irgendwo noch eins? Ja. 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 Oh, die hier können uns nicht kriegen. Aber die können es. Ah. Die hier ist eingeseigert. Ähm, Mörserwespe. Ja, hier ist noch eine andere Wespe noch. Ich glaube, das ist ihr herzlich egal. Okay. Hier ist die Volljunge. Wo ist sie denn? Direkt hinterher. Königin darbringen. Ich höre, die Technologie ist derart wichtig. Ah. Wie geht das? Ah. 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 Ah, die Augen zu. Dann siehst du, was hier gehört. Hähähähäh. Ah. Warum ist die Musik mal nicht aus? Ah. Aber immerhin heißt es wie Orte dich eigentlich nur alles gut. Ah, echt glaube auch. ich war aber auch schwer machen war nicht so schwer ich muss irgendwas schwer machen ich bin direkt über die andere seite über die anderen wege die eichhörnchen waren wohl nicht immer hier ein foto gemacht jetzt ausziehen in position nicht schlecht selbst ist auch was zu sagen dafür selbst auslöse wofür müssen wir machen machen wir beide draußen immerhin der selbstauslöser tickt da war drei fokus gemacht stark war schon heftig jetzt waren sie die großen geschütze auf das ist ein hammer es sind trotzdem bloß westen kody man nennt mich auch den cover jäger niemand tut das es klappt nicht oh lol Es wird in Ruhe, umgeziefer! Viele wollen ja noch kommen. Kann nicht mehr schießen. Auch nicht mehr zielen. Okay, deswegen vielleicht. Cody, au, get out! Sie sehen nicht auf aus! Nein! Was? Jetzt musste ich mitsprengen die ganze Zeit. Jetzt hätte ich mich sprengen müssen. Fett halt. Das Problem ist, ich bin schon durch. Ja, ich bin hier im Hintergrund. Nein! Ja, das meinte ich mit. Die ganze Zeit musst du nicht springen. Dann kommt ein Locker und musst du springen. Ich kann nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Halt ihn! Halt mich! Ich hab so spät geschossen. Nein, nein, nein. Ich hab so früh geschossen wie es nur geht. Ja, geil. Geile Landung. Und was jetzt? Ich fürchte, dass wir da lang müssen. Was? Komm, May. Wir können unmöglich da durchschwimmen. Wir fahren mit deinem Boot. Hä? Hilt mir, na los! Mit dem Boot? Das nennst du Boot? Na gut, und los! Na komm! Und runter! Beeil dich! Ja, mach ich! Wuhu! Haha! Brauchen wir keine Ruder oder sowas? Wer braucht denn schon Ruder, Cody, wenn man einen Motor hat? Motor? Wo? Äh, du hältst ihn in der Hand. Was? Ah, du bist ein ziemlich kluges Holzköpfchen, May. Jetzt ich. Okay. Hey, es funktioniert! Wuhu! 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 Hm, das hält uns nicht wirklich weiter. Da kommen Leerlarven von oben! Ich bin ganz klein, Captain! Ich steuere das Boot! Und ich in das Ich glaube schon! Da rein, ne? War jetzt nicht so ersichtlich. Oder auch noch Gegner gespawnt waren links. Halt dich gut fest, Mei! Ja... Oh! Geht nicht schneller! Die Strömung ist links! Wir hätten es! Was ist denn da links, ne? Jaja... Oh, da kommen so viele! So schnell kann ich nicht schießen! Ja, aber dann schießt auch noch die, die wenigstens nah dran sind. Weiter! Ich glaube, ich seh deinen Ausgang! Geradeaus weiter! Ei, ei, Captain! Oh, noll! Wir sind geradeaus weiter und müssen nach links! Ja, aber echt, ey! Nein! Das sieht nicht nach dem Ausgang aus! Nee! Oh, Bienen! Wespen, meinte ich ja! Aber was tun sie? Tornado, Junge! Wahrscheinlich! Das fehlt nix! Das fehlt nix! Der zieht uns hinein! Der zieht uns so groß! Wo ist denn der Boot? Keine Ahnung! Da! Oh, da hinten links! Wo soll man denn da hinkommen? So wie ich! Oder so wie ich! Stopp! Ja! Oh! Er ist viel zu nah! Für nichts mehr! Alles gut! Alles gut! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Ich bin in der Darkroom! Ich bin in der Darkroom! Wow! Wie wunderschön! Ja! Totschön! Es gibt auch tödliche Qualen! Wir sollten uns beeilen! Komm mit Qualen werden, Alter! Im Licht! Lass uns da lang! Lass uns da fallen! Lass uns da ran! Kodi! Steuer geradeaus! Ei! Ei! Käpt'n! Ich sehe Licht! Toadie! Geradeaus! Geradeaus! jetzt ballen parkour warum ist er nicht gesprungen was springen gedrückt aber er ist nicht gesprungen wow sie giftig aus aber ist ein atompilze Das muss die Geschichte der Eichhörchen sein. Hast du das gesehen? Ja, ja. Rettpapier da oben. Hier auch gebunkert, ey. Weeeeee! Jetzt? Oh. Vielleicht ist er in den letzten Moment noch ein bisschen in eine andere Richtung als ich erwartet habe. Was? Alter, was ein Fisch, Junge. Was zum Teufel ist das? Darauf landen. Der Mondgott ist das. Das ist aber da. Großes Kerlchen. Ein fliegender Fisch? Sieht aus wie... Sieht aus wie eine Art Welz. Wie hilft uns das jetzt weiter? Ähm, naja, Welse sind zumindest nicht gefährlich. Er ist groß genug, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Ich hab ein gutes Gefühl bei dem Kerl. Aha. Oh, er zappelt. Ich glaub, er will uns abschütteln. Nein, nein, nein. Er schwingt nur. Das macht uns schon mal. Bleib einfach auf seinem Rücken. Ja. Warte. Dann ist der Nächster. Haben Sie einen psychedelischen Anflug gehabt hier, der entwickelt er in dem Moment aus? Kann sein, ja. Kann sein, ja. Und so müssen wir den Fisch wechseln? Kann gut sein, ja. Kann aber auch nicht gut sein. Äh, Cody, ist der Plan, durch diese Wand zu schwimmen? Äh, ah, äh, nein. Oh, warte mal. Oh, verdammt, Cody! Das ist nicht meine Schuld! Äh, 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 äh. Weißt du, so langsam habe ich echt genug vom Fallen. Sei froh, dass du so gut in Form bist. Ach ja? Danke, May. Ich meinte gut in Form in dieser Welt. Oh, verstehe. Mein echter Körper ist also in schlechter Verfassung? Das habe ich nicht gesagt. May, ich bin vollständig aus Tod. Aber könntest du in deinem echten Körper so rennen, springen und fallen? Nein. Genau. Also genieß es, solange du kannst, hm? Hm, stimmt. Okay. Okay. May, sieh doch. Ein Schießstand. Ich habe nicht die andere Seite. Habe ich auch gemerkt. Diesmal war nicht an Maus und das Atomgen. Ach, dich bereit zu verlieren. Ich zähle auf den Sieg. Genau wie ich. Das ist schon Waffe aufladen, aber nicht, wenn man sie schießt. Oh Gott. Oh Gott. What? Ich weiß, wie man mit Pämpel umgeht. Yes. Sieh zu und lerne. Los, Pämpel. Weiter. Schieß mal ein paar mehr rüber. Hier ist ja nichts zu tun. Hier geht nichts mehr. Er ist nichts dabei. Komm nicht klar. Er ist mal ein Maus und das Atomgegangen. Hast du gemacht? Nein, habe ich nicht. Wie ist es aber auch so langsam? Nein, da oben nick ich nie rechtzeitig. Easy peasy. Aber ist ja kein Problem. Ich bin ja auch bei Counter-Strike besser als du. Deswegen ist es ja klar, dass du bist da nicht. Wahrscheinlich. Wo ist jetzt hier die Westenkönigin? Stimmt, ich habe schon wieder vergessen, warum wir auch hier sind. Oh. Oh. Äh, wohin geht's? Es gibt nur einen Ausweg. Na, oben. Sie sind zurück mit Ihren bekloppten Sägen. Aufpassen. Na, ich kann schon mich hier nicht bewegen. Ich habe gerechnet. Okay, ich habe eine Freschenfigur. Das war ja klar. Das war ja klar. Hey. Hey. Ich habe das Nest. Ja, ich sehe es. Lass uns diese Nervenzugler beseitigen. Sie ist verseckt. Wo ist denn? Siehst du ein Nest? Dürfen wir ein Gleichheitslust? Da meint er das große Fett dahin. Alter, ne Arena, Junge. Wer ist das? Ja, es ist zu. Horn, Kickstarter-Käfer. Ist du bereit dafür? Ja, ich will immer. Ja, dumme Frage. Ne, Horn, Riesen-Käfer, einfach nur. Mega. Was ist das? Mein Hartz haffnet sich an ihm. Irgendwas stimmt mit diesen Gitterdingern. Oder ich muss das auf dem Boden machen. Was war das denn? Jetzt! Zu spät. Ja, okay, ich glaube ich muss machen, wenn er irgendwo steht. Jetzt sind wir spät. Da krieg ich keinen Schaden. Ah, der muss glaube ich genau auf den Dingern landen und diese Druckattacke machen. Druckwelle. Dann kriegt er den Schaden, oder was? Ja, der muss die Attacke auch auf den Dingern machen, damit irgendwie was passiert. Hier drauf, meinst du? Ja, ja. Ich glaube schon. Genau so. Aber jetzt, selbst ob er nicht da war, ist er ja da, ähm... Das ganze Stück davor stehen bleiben. Äh... Ich glaube keine Ahnung. Jetzt passt's. Ne, macht nix. Ne, ist nicht okay. Ich muss hier mit den Arsch schießen. Weck's nicht. Ich auch nicht. Jetzt. Wait, wait. Hier ist doch was passiert. Hier. Ja, jetzt hab ich's auch gesehen. Hier. Ah. Ich hätte die füllen müssen. Ich dachte, ich hätte es gemacht, da ist am Anfang nichts passiert. Aber es ist ein Schaden, doch. Da ist noch halb Tore. Oh, jetzt fliegt er. Was war ich? War ich. War ich. War nicht da. Äh... Einer noch. Er geht auf dich. Er war auf dich gegangen. Easy. Nice. Wartet, wartet, wartet. Tötet mich nicht. Ich bin nur ein Käfer. Ich mag die Wespen nicht mal. Aber wieso kämpfst du für sie? Ich bin ein Soldner. Ich kämpfe für jeden, der mich mit Essen versorgt. Was für Essen? Hä? Würmer? Schnecken? Larven? Nein. Ich esse nur vegetarisch. Und glutenfrei. Ich werde mit Nektar bezahlt. Ah, okay. Tja, kennst du die Königin? Sie hat sehr viel Nektar. Also, wenn du uns dabei hilfst, sie loszuwerden, kannst du so viel Nektar haben, wie du willst. Wirklich? Ja, du kannst alles haben. Lecker, lecker. Gut. Worauf warten wir noch? Kommt schon, springt auf. Lass ihn springen, Cody. Ich suche es. Und schlenke. Was machst du? Biesen, oder? Ich weiß nicht auf was. Achso, auf die Fässer. Oder? nicht andauern, einzumischen. Oh, let go, Nektar! Easy. Und nochmal. Oh, das war zu früh. Ist das Nektar? Nein, steht da nicht! Hallo? Äh, 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 schlecht, ganz schlecht. Hallo? Alles gut, alles gut. Hey, du lässt uns besser nicht sterben, wenn du den Nektar willst! Was? Nein, immer noch rein! Peace auf Sie! Gut gemacht, Smee! Hey, Käfer! Uns geht der Baum aus! Er schafft es! Er schafft es! Ich glaub daran! rien! Nein! Nein, 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 nicht braun! Hu-huh�! Erkschalten! Ich bin ein Mann! 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 Ja! Ein Mann! Ihr magt es, die Königin herauszufordern? Oder nicht die Königin heraus? Hör zu! Wir wissen, dass du nicht die echte Königin bist! Ja! Du bist ein Roboter! Lügen ab! Ich bin die oberste Westenkönigin! Sie ist die oberste Westenkönigin! Ja, ganz genau! Angriff! Was passiert hier, wenn wir hier langfahren? Gute Frage! Hier! Hier sind noch ein paar... Ist hinten so ein X drauf, ne? Ja! Hat Damage bekommen? Äh, die sind jetzt in der eigenen Website! Das war auf dich! Nimm das Ding! Was für ein Ding nehme ich? Ja, die Bahn! Ja, unten ist... Vollgeblüß! Gibt's schon wieder tot? Was ist denn so positiv? Wie magst du denn da? Weiß ich nicht! Diesen Schwert hat Pollard... ...gerne rum! Fahr da einfach Bahn! Ah! Da ist das hier so'n Schutz... ...die gerade dabei... Meine Soldaten... ...gegen für mich! Zwei da mal dran! Mit Schwert dann auch... Mach auf X! Mach ich! Zwei halt nur weg! Oh! Ja! Schutzschild ist voll! Schwert ist auch voll! Den Missasche fallen! Nein! Oh, yo! Ja, klar! Wir wollen den Zodiacieren, Alter! Ja, klar! Wir kommen grad auch nicht mehr... ...an die Raylan... Yo! Schilde, Schwerter und jetzt das! Aussterben! Oh, shit! Ach! Ich hab auch reingesprungen... ...stirbt mal nicht! ...stirbt mal nicht! Oh, shit! Ich hab auch reingesprungen... ...stirbt mal nicht! Oh! So, wir hatten nur noch das obere... ...jetzt! Die Kunden ist weg! Oh! Die Schutzschwärm ist aber ein bisschen nervig... Oben ist noch dran! Oh, alles gut! Oh, mein Schilder haut! Oh, vorne jetzt... Oh, alles gut! Schnipsen ab! Es wird auch nicht weh tun! Oh, juff! Das hat aber Gas gegeben plötzlich... Oh, shit! Oh, shit! ...wärben... 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 Keine Lieblings-Company, ne? Bist du die eigentliche Räume gejumpft? Was? Hm. Das geht da oben. Ja, ja, das stimmt. Oh, auch was denn? Boah, ich wusste nicht, dass ich auch verpasst, was ich muss. Ob da war. Na, ich bin eigentlich auch verpasst. Voller Ding. Nochmal. Das gibt's auch nicht. Easy. Ich bin die Wespenkönigin. Ich werde euch fissen. Ach so, Christo. Sieh doch, es ist nur eine kleine Hummel. Oh, sie ist eigentlich recht flauschig und niedlich. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin die Wespenkönigin. Wir wurden getäuscht. Nein, 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 wie ich schon sagte, ein Roboter. Es ist eine dumme Hummel. Nein, bitte nicht. Tut mir bitte nicht weh. Sieh, es ist Nektar. Sie hat Nektar versteckt. Wie bin ich mein Nektar? Drücken wir sie alle! Hey! Warte! Helft mir! Tut doch was! Cody? Ja? Schieß auf den Nektar-Tag. Okay. Sehen wir euch, das schmeckt. Was? Das ist ja krasser als der neueste Teil von Transformers. Ja. Das ist nochmal der Rektor, der auch immer nur, wo es auch nur Explosionen gibt. Michael Bay? Ja, genau. Königin. Was hat es für einen Sinn, wenn man nichts Besonderes isst? Aber du bist was Besonderes. Du bist eine der kostbarsten Bestäuberinnen der Natur. B-b-b-bin ich das? Ja, natürlich! Hummeln bestäuben Pflanzen, die bis zu 90% der Weltbevölkerung ernähren. Ohne euch Helfer würde die Menschheit verhungern. Das stimmt. Wirklich? Also bin ich was Besonderes? Nein! Eine Verräterin! Und ihr zwei! Warum habt ihr sie nicht getötet? Weil sie uns gerettet hat. Ja, ich bin was Besonderes! Ja, und all die Wespen sind weg. Ich meine, wir müssen sie daher nicht töten, oder? Oh, seid ihr jetzt im selben Team? Erschießt sie alle! Oh, hallo. Hohohoho! Du hast ja ausgeblieben. Nimm uns mit! Hey, wir haben dir grad deinen felsigen Hintern gerettet! Jetzt komm schon Cody! Was ist das zu fassen? Oh! Du ansteuer! Hey! Das ist ein Flugzeug und nicht unser Kombi! Okay. Kodnüsse. Kodnüsse. So kommt eigentlich Steuer wahrscheinlich wieder und so schließen. Hör auf deine Unterhosen. Konzentrier dich aufs Fliegen. Ist doch einfach zu schießen, wenn ich so fliege. Ja, ist nicht viel Bewegung. Du solltest nur nicht irgendwo gegenfliegen. Ja. Aufkommen. Ich bin schon so schnell wie ich kann. Booster. Ah, es gibt Boost. Wusste ich auch nicht. Ja, unten stand bei mir Boost. Ich weiß nicht, ob ich das nicht wahrgenommen habe. Pusten. Wie Karte, Hörnchen. Ja, echt ey. Na, hinter uns. Alles klar. Mach das. Halt sie ruhig, Cody. Halt sie ruhig. Das versuche ich doch. Jetzt gerade. Verstanden. Wuh! Ah! Tischen! Küsch! Sieh einfach schneller! Windig. Ich bin am Limit! Okay. Dann, stürz wenigstens nicht ab. Du lenkst nicht voran. Mach sie einfach fertig. Da sind noch mehr Eichhörzchen hinter uns! Guter Schuss, Mate! Oh, oh! Falsch! Der Gleiter besteht fast nur aus Stütten! Wollte einer die Abkürzung nehmen, ey! Das sah auch nach einem guten Ausgang aus! Da kommt noch mehr Ärger auf uns zu! Noch mehr hinter uns! Ha-ha! Der Gleiter sieht nicht gut aus! Ich kümmere mich um die Hinter uns, Tony! Gute wieder aus! Das geht ja fix richtig an hier! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Leben am Himmel! Jo! Ha-ha-ha-ha! Ja, komm, ey! Zeit sich zu verabschieden, Kleines! Aus dir werde ich Kleinholz machen! Und ich freue mich darauf, dir das Fell über die Ohren zu ziehen! Alter! Was ist jetzt los? Vielleicht musst du aber noch weiter fliegen! 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 Ja, echt? Hey! Hey! Wie geht es dir da oben? Tony! Bleib wo du bist! Okay! Okay! Dann dann! Dann mach ihn einfach fertig! Geht einfach weiter! Ich kümmer mich! Hast du einen Blitzangriff gerade gewonnen? Du hast einen kleinen Zweig! Alter, Pikachu auch noch gewonnen! Ja, mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Ja, Feuerwerk! Yo! Da unten! Alles gut da oben, ey? Ja! Oh nein! Das Steuer! Ah, bleib dich fest, Cody! Ich kann mich nicht mehr halten! Ich hab dich! Oh, schön, die Kanzösation. Das war knapp. Selbstverständlich gern. Genau. Danke, Mel. Hey, Mel, der Kampf. Das war ein Hammer. Danke, Cody. Nein. Weißt du, auf zu Rosys Zimmer. Ist egal, wir haben keinen Schadenswert mehr. Stimmt. Glaubst du, die Eichhörnchen sind wütend wegen des Flugzeugs? Tja, dann hätten sie erst gar nicht von uns stehlen sollen. Ich werde Eichhörnchen nie wieder mit denselben Augen sehen. Oh. Oh, easy, easy. Gedutscht das so. Easy. Hey! Oh! Halt dich fest! Mach im selben Land, oder was? Keine Ahnung, Alter. Geil nach Rosys Zimmer zu. Das Fenster ist offen. Juhu! Wir trommeln! Wow! Nichts! Echst! Mami? Sieh mal, wie ich nicht gefunden habe. Astronaut! Erinnerst du dich? Astronaut! Oh. Hast du wieder Kopfschmerzen? Okay. Ich wollte dich nicht stören. Aber wenn du dich besser fühlst, können wir dann vielleicht mit Astronaut spielen. Und den ganzen anderen Weltall-Spiel-Sachen von dir. Mit denen haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Oh, und ich habe mit Papa gesprochen. Ich glaube, er will, dass ihr zwei wieder Freunde werdet. Das wollte ich nur erzählen. Perfekt. E'ret nicht sein. Oh. Nein. Mannen! Nice Astronaut. Moon Reboon mit Astronauts übersetzen ist auch hart. Ja. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mit deiner Unterhose fliege. Oh, ha ha. Du bist echt ne Komikerin, weißt du das? Vielen Dank. Sieh doch, da ist sie. Oh, sie fehlt mir. Ob es ihr gut geht? Na ja, guck sie dir an. Sie spielt, als wäre nichts passiert. Gott sei Dank. Dann lass uns zu ihr. Ja, aber vorsichtig. Wir könnten sie erschrecken. Willst du andeuten, dass ich zu streng bin? Nein, nein. Sie könnte doch Angst bekommen, wenn sie uns sieht. Guck uns doch an, wir wurden in sowas wie Puppen verwandelt, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Seid ihr wirklich schon bereit für Rosie? Wieso denn nicht? Sie ist unsere Tochter. Aber schafft ihr es auch nicht, vor ihr zu streiten? Aber natürlich. Sie ist nicht das Problem. Sie ist es. Matthias, ihr seid noch nicht bereit. Moment. Will er uns aufhalten? Genau das hat er vor. Aber lassen wir das zu? Nein! Nein! Was, wenn wir Rosie nicht zum Weinen bringen können? Aber das müssen wir. Oder sollen wir etwa für immer und ewig so bleiben? Aber sie meint fast nie. Ja, ich weiß. Hör mal. Wir denken uns schon was aus. Okay? Wir brauchen diese Tränen einfach. Je größer, desto besser. Okay, dann los. Okay. Easy. Easy. Das war wieder eine Folge. Ich kriegst du. Ich kriegst du. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingauen. Jo, haut da rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Tschö.